Der schlechteste Grund, ein Unternehmen zu kaufen, ist der Chart. Das sagt Stefan Schrader, Chef der Titus-Unternehmensgruppe in München und er bezieht sich dabei auf ein Zitat von Warren Buffett. Was damit gemeint ist und was die Alternative ist, das bespreche ich jetzt mit Stefan Schrader in diesem Interview. Schönen guten Tag, Herr Schrader. Schönen guten Tag, Herr Kirscher. Schön, dabei zu sein wieder. Herr Schrader, Sie und Warren Buffett scheinen zumindest eins zu vereinen, also eins auf jeden Fall, Ihre Abneigung gegenüber Charts. Ist das so? Ja, als Kaufgrund definitiv. Ein Chart ist letztendlich ein Bild, ein Abbild des Verlaufs der Vergangenheit und investieren kann man ja bekanntlich nur für die Zukunft. Und gerade an der Börse ist das ja auch einer der schönsten Punkte, dass man im Grunde genommen jeden Tag seine Entscheidung neu für die Zukunft treffen kann. Und viele Anleger haben sich angewöhnt, aus Chartentwicklung der Vergangenheit irgendetwas abzuleiten, das zu extrapolieren und darauf Kauf- oder Verkaufentscheidungen aufzubauen. Jetzt will ich jetzt nicht unbedingt den Ruf der Chart-Techniker retten, aber auch als, ich sage mal, fundamental orientierter Investor in die Zukunft gucken können Sie auch nicht. Nee, ich arbeite auch nur dies als eine Glaskugel, das stimmt. Es ist auch tatsächlich sehr viel effektiver und hat schöne und hohe Trefferquoten technisch gesprochen in der taktischen Portfolio-Steuerung, das heißt also so in der kurzfristigen Portfolio-Steuerung, weil kurzfristig tatsächlich die Emotionen der wichtigsten Treiber hinter Kursentwicklung sind. Und da kann man tatsächlich mit entsprechender Expertise aus den Chartverläufen einiges an Gruppendynamik und Herdentrieb ablesen und sich dann auch eben mit bestimmten markanten Werten auseinandersetzen und versuchen davon zu profitieren, also kurzfristig spekulativ Geld zu verdienen oder eben auch Absicherung einzubauen. Also dem widerspreche ich auch gar nicht. Fundamentalinvestoren eint, dass sie in der Analyse feststellen wollen, ob es eine Diskrepanz gibt zwischen dem inneren Wert eines Unternehmens, den man recht gut analysieren kann. Das ist bei Aktien letztendlich tatsächlich, also einfach klingt komisch, aber das ist die Wahrscheinlichkeit, dass man in der Zukunft hohe Gewinne erzielt, weil die Gewinnentwicklungen langfristig der einzige Einflussfaktor auf den Aktienkurs sind. Und Fundamentalinvestoren wollen diesen inneren Wert ermitteln und wenn es eine Diskrepanz zum Preis gibt, der an der Börse gerade gezahlt wird, dann kann und will man damit Geld verdienen. Früher war es immer so, man musste Unternehmen finden, die mehr Wert hatten, als Preis gezahlt wurde und dann warten, bis sich die Lücke schließt. Heute kann man natürlich in beide Richtungen Geld schließen. Hauptsache diese Diskrepanz zwischen dem inneren Wert und dem Preis ist da, weil die Lücke schließen sich mittel- und langfristig immer. Mensch, Herr Krader, jetzt müssen Sie mir helfen. Also ich möchte jetzt gerne den inneren Wert von Microsoft ermitteln. Das scheint ja nicht so schwer zu sein. Was muss ich machen? Ja, Microsoft ist ehrlich. Was ich Ihnen sagen kann ist, Microsoft ist ein schönes Beispiel, wo man sehen kann historisch, wie der Wert und der Preis auseinandergehen kann. Weil Microsoft ist ein Unternehmen, was definitiv einen hohen inneren Wert hat, aus vielen, vielen Gründen. Viel Technologie, Know-how, eine wahnsinnige Kundenbasis. Das muss man sich mal vor Augen halten, wie dominant Microsoft weltweit ist. Und gerade in den letzten zehn Jahren meiner Meinung nach auch viele gute Produktentwicklungen. Auch jetzt sind Sie wieder bei der künstlichen Intelligenz vorne dabei mit Ihrem großen 11 Milliarden schweren Engagement frühzeitig bei OpenAI, also quasi die Organisation hinter Chat, GPT, was ja die letzten Monate die Presse geprägt hat. Also hoher innerer Wert. Aber der Preis ist eben die Frage. Und Microsoft nehme ich tatsächlich in den letzten Monaten oft als Beispiel dafür, dass es wichtig ist, den richtigen Preis zu zahlen. Wer Microsoft zum Beispiel 2000 gekauft hat im April nahe des Hüchststandes vor Platzen der Technologie und Dotcom-Bubble, der musste über 16 Jahre lang warten, um seinen alten Kurs wiederzuhaben. Ja, obwohl Microsoft durchgehend gutes Unternehmen war. Das heißt also, es ist nicht so, dass, wie viele Investoren denken, dass ein guter Investor auszeichnet, ein tolles Unternehmen zu identifizieren. Das ist mitnichten so. Das zeichnet gute Investoren nicht aus. Gute Investoren zeichnet aus, den richtigen Preis dafür zu zahlen. So. Und Microsoft nach vorne betrachtet, kann ich Ihnen sagen, ich bin ja kein Einzelaktienanalyst. Ja. Und es gibt andere Beispiele, die ich sogar an dieser Stelle gleich gerne laut ausspreche, die sehr viel deutlicher Fehlbewertungen aufzeigen. Microsoft ist natürlich super aufgestellt, hat aber definitiv im Moment sehr viel positive Zukunftsfantasie eingepreist, weil sie sich im KI-Bereich, also bei der Künstlichen Intelligenz, gut aufgestellt haben und ist immer sicherlich trotz des hohen inneren Werts gerade kein Schnäppchen. Bevor wir jetzt auf die anderen Unternehmen, die Sie schon kurz angeteast haben, zumindest eine Frage. Sie sprachen jetzt, man muss den richtigen Preis finden, aber ist es nicht eine Frage des richtigen Zeitpunktes? Ja, das ist, ich würde jetzt aus dem Bauch heraus tippen, dass 90 Prozent der Menschen so denken und sich damit beschäftigen, wie sie auch gerade die Frage stellen. Die Menschen, die aber jetzt auch zum Beispiel dieses Gespräch verfolgen bei YouTube, die sind ja tendenziell Investoren. Also und es gibt, und man sollte sich mit der kurzfristigen Kursentwicklung vor allem beschäftigen, wenn man verkaufen möchte. Also wenn man zum Beispiel einen größeren Geldbetrag angelegt hat, zweckgebunden und möchte damit eine Hausfinanzierung abzahlen oder dergleichen und man weiß, man hat in den nächsten 18 Monaten einen festen Zeitpunkt für die Verfügung, dann wäre es wichtig, den kurzfristigen Kursverlauf und ist der Preis angemessen oder nicht, genau zu antizipieren, um das Beste rauszuholen. Investoren sollten sich das wirklich leicht machen und da einsteigen, wo es günstig ist. Und ich kann Ihnen unzählige Beispiele nennen, die im Moment wirklich sehr, sehr günstig sind, wo man sehr günstig einsteigen kann und wo es für Investoren, die fünf, sieben oder noch mehr Jahre mitbringen, definitiv klar ist, dass sie richtig gutes Geld verdienen werden. Und das ist eben bei den Unternehmen, die gerade auf der Welle sind, es ist einfach schwieriger zu antizipieren, geht die Welle noch etwas weiter oder nicht? Und deswegen rate ich immer, für Investoren, schaut doch nicht, ob man jetzt die letzte Welle noch mit abreiten kann, sondern geht in die Bereiche, wo es günstig ist. Und einige der Wellen sind wirklich sehr, sehr hoch, wie gesagt, wo es selten in meiner Karriere so eindeutig war, dass Preis und Wert weit auseinander gelaufen sind. Lassen Sie uns mal ein bisschen auf andere Unternehmen gucken und ein bisschen von Microsoft weggehen und gehen wir mal in den S&P 500. Der hat ja seit Anfang des Jahres so um die zehn Prozent zugelegt. Das Spannende dabei ist, dass das ja eigentlich ein Plus ist, das nur von sieben Unternehmen getragen ist. Ganz genau, genau. Das sollte einem auch eine gewisse Warnung geben. Sie haben im Grunde genommen sieben Unternehmen. Apple, Microsoft, Alphabet, Tesla, NVIDIA, Apple und, na, wen habe ich jetzt noch vergessen? Meta. Meta, genau. Und Apple ist mit rund plus 40 Prozent der Titel, der am wenigsten Kurszuwachs hatte seit Jahresanfang. In Summe haben diese sieben Titel zusammen über 50 Prozent Kurszuwachs seit Jahresanfang gehabt, was in Summe gesprochen rund 3,8 Billionen Marktkapitalisierung bedeutet. So, um es nochmal auf den Punkt zu bringen. Der DAX, ja, unser heimischer Index, einer der bestgelaufenen Indizes dieses Jahr auf der Welt, der ansatzweise bedeutsam ist, ist in Summe 40 Prozent so viel wert wie der Kurszuwachs, den diese sieben Titel seit Jahresanfang erzielt haben. Also der Kurszuwachs dieser sieben Titel ist zweieinhalbmal so viel Kapitalisierung, wie der ganze DAX zusammen im Bestand. Also, und das ist eine sehr große Dispersion. Wir haben also über 50 Prozent Zuwachs bei diesen sieben Titeln. Der Rest des S&P 500 ist quasi flat gelaufen. Und sie haben gerade bei Small Mid Caps, also bei kleineren Unternehmen teilweise 10, 20, bei einigen sogar 30 Prozent Kursrückgänge gehabt. Man hat also eine extrem starke Ungleichverteilung der Kursentwicklung. Und das ist die Mogelpackung. Man denkt, wenn man auf den Index guckt, alles ist super, ist ja prima gelaufen. Und auch ein Kuriosum, finde ich, was es gut auf den Punkt bringt, die Tech-Titel haben inzwischen wieder die Kurshöhe erreicht, der alten Höchststände. Was bedeutet, sie haben wieder die Kurse erreicht von vor Beginn der dramatischen Zinserhöhung. Also, das finde ich ganz bemerkenswert. Herr Schrader, also jetzt mal das zusammengefasst. Wenn da, ich sage mal, ich als einfacher Investor oder Anleger da stehe und mir die Frage stelle, wie soll ich denn jetzt, wie Sie gesagt haben, ein günstig bewertetes Unternehmen finden, wo ich nach dem Preis gehe und nicht nach dem Zeitpunkt meiner Investition, wie finde ich denn sowas am besten? Wie soll ich da am besten vorgehen? Vielleicht ein Tipp noch vorweg vom Gewinne mitnehmen, ist noch niemand ärmer geworden. Und es gibt eben, das sagen auch die Zahlen, dass Privatinvestoren jetzt wieder doch stark angefangen haben zu profitieren von diesen Kursausbrüchen nach oben. Und das ist wirklich was ganz Wichtiges. Man soll sich auch einfach mal freuen, egal ob es jetzt Genie, Hellseherei oder einfach Glück war, einfach mal Gewinne mitnehmen und dann vielleicht aus diesen absurd hohen bewerteten Unternehmen wie NVIDIA Geld abziehen und in Substanz investieren. Ich bin, ich mache ja die Fondselektion und Fondvermögensverwaltung eben über Fondmanager, suche Zielfondskandidaten aus, die Themen oder Regionen aussuchen. Und wenn sie auf Regionenebene gehen, ist es zum Beispiel so, wobei ich muss vorweg sagen, das ist natürlich jetzt keine Empfehlung, dass man da all in geht und so weiter. Wenn ich die Beispiele, die ich jetzt nenne, die haben in meinen Portfolien zwischen zweieinhalb und fünf Prozent Gewichtung. Also nur, dass man eine Vorstellung hat. Aber wenn Sie als Land zum Beispiel schauen, Brasilien hat als erstes die Inflation in den Griff bekommen, hat die Zinsen auf 14 Prozent angehoben, hat nur noch eine Inflation von 6 Prozent. Dort kriegen also Anleger 8 Prozent Realverzinsung. Die Währung hat in den letzten zehn Jahren fast zwei Drittel ihres Wertes verloren. Da sind also alle Korruptionsskandale der letzten zehn Jahre ordentlich eingepreist worden. Die Wirtschaft entwickelt sich vernünftig. Brasilien hat alle Rohstoffe, die die Welt braucht. Und es ist so, dass Brasilien sich bei den Staatsschulden entschuldet. Also fundamental ein No-Brainer, weil Brasilien zum Jahreswechsel 6,5 KGV hatte. Also wenn sie den ganzen Markt gekauft haben, haben sie ein 6,5 KGV bezahlt. Das ist ungefähr ein Viertel dessen, was sie im Moment für den Standard & Poor's 500 bezahlen. Und das ist die Logik eines fundamentalen Investors, dass er sagt, ich bekomme fast viermal so viel Gewinn für mein Investment, das ich tätige, prognostiziert für die Zukunft. Und das ist auch, sage ich mal, auf durchaus validen Füßen. Brasilien hat natürlich das politische Risiko immer. Aber das ist das, was ein Fundamentalinvestor mag. Und dann gehe ich dahin, im Regionenbereich. Bis vor fünf Wochen war Brasilien aber unter Wasser. Die letzten fünf Wochen hat Brasilien 20 Prozent gemacht. Das ist auch nur ein Beispiel. Ein Sektor, das sind Rohstoffe, Minengesellschaften. Minengesellschaften sind absurd günstig bewertet. Der Energiesektor ist absurd günstig bewertet. Mit absurd meine ich deutlich in einstelligen Kursgewinnverhältnissen. Und dort werden Dinge bedient, die Grundbedürfnisse bei den Menschen befriedigen. Also es ist nichts, was man streichen kann, wenn die Stimmung schlecht ist. Die Bilanzen sind bei vielen Unternehmen in Ordnung, vor allem im Bereich der Minengesellschaften, weil die aus einer zehnjährigen Krisenzeit kommen und von den Investoren viel, sage ich mal, Effektivitäts-, Schuldentilgungsdruck bekommen haben. Und auch dort ist es so, es gibt eine Logik, warum der Preis so niedrig ist. Es wird dort im Moment am Markt nur gespielt, dass die Rezession kommt, sprich die Nachfrage zurückgeht. Und historisch heißt das, dass dann die Preise der Aktien deutlich zurückgehen. Was nicht gespielt wird, ist, und darauf guckt der Fundamentalinvestor, die Förderkapazitäten sind viel zu niedrig, um in den nächsten Jahren die Nachfrage zu bedienen. Da wird also in drei, vier, fünf Jahren richtig viel Geld verdienen. Das können also einige Orientierungspunkte sein, wobei, und das gilt nochmal grundsätzlich, der schlechteste Grund, ein Unternehmen zu kaufen, ist der Chart. Darüber habe ich gesprochen mit Stefan Schrader, dem Chef der Titus-Unternehmensgruppe in München. Wir hätten wahrscheinlich noch zehn Minuten weiterreden können. Herr Schrader, wir lassen es für heute gut sein. Wir sehen uns wieder. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Bis bald. Vielen Dank.